und hier das kann man dann auch noch machen ich weiß bloß nicht gerade wie groß die sind okay so hin einfach nur straßen ist das so schwierig und das stimmt das könnte man dann auch irgendwann mal machen dass wir nur noch auf sachen von hier unten angewiesen sind dass da metal converter da brauchen wir jetzt die forschungsanlage groß die forschungsanlage das fdl noch aktivität aber ja sehr schön ähm zu viele projekte gleichzeitig ähm inselanteil wechselt besitzer jetzt machen sie sich nicht einmal mehr die mühe abknallen verschwinden sie und ich sollte vielleicht auf das warten auf später naja das weiß ich eben nie hm die braucht eben so lange bis sie wieder frisches material macht ähm so das mitnehmen ich habe gestern einen dicken bonus bekommen so muss das sein mitnehmen ich habe da drei vier vier sech so es ist vier Ich brauche wesentlich mehr Schiffe, stelle ich gerade fest, oder Transporter. Aber da, ich, also für so welche Transporten-Missionen sind eigentlich die Eco-Transporter die besten. Das ist einfach, so muss ich das leider sagen. Wo ist mein zweites Kriegsschiff? Okay, der Schwertfisch und die Vega. Achso, die Vega ist das. Oh, come on. Achso, ich brauche noch mehr Laboranten, bevor die überhaupt das Bedürfnis entwickeln. Ich hab's eben jetzt nur, äh, hab ich schon, weil ich's auf der anderen, äh, Insel schon gemacht hab. Ähm, na gut. Na gut, dann holen wir ja. Produktion, Produktionsstillstand. Hm. Hä, warte mal, da fehlt doch. Da fehlt doch Wein. Ne, äh. Da fehlt das hier. Da fehlt... ne, okay, das Baum. Nehmen wir mal alle, noch alles mit, was hier liegt. Ähm. Ähm. Ja, sonst fehlen uns wirklich die Bauzellen. 1400 noch. Ähm. So. Hier und... Hier. Dann müssen wir noch hier außenrum bauen. Das muss gerade gebaut werden. Registriere demografische Veränderungen. Hm. So, der Goldfilter. Die Forschungsanlagen. Getränke. Ist das da etwa Angst? Schweiß auf ihre Stirn. Hahaha. Wo Strindberg ist da leise? Ich will dich grad nicht hören. Ähm. So. Am Hafen produzieren wir dann noch was. Energieversorgung mangelhaft. Okay, dagegen. Ökobilanz. Werte fallen. Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. Nobelpreis. Ich komme. Dass es zu dem Zeitpunkt noch Nobelpreis gibt. Das... 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 Ähm... Stell ich jetzt mal in Frage. Zack. Hier... Und dann hier, 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 hier und hier. Ist das hier teuer was? Wie viel stehen uns... Sprengstoff steht uns fast genügend zur Verfügung. Trügerische Ruhe. Sie sind ein Ärgernis. Sie sind ein Ärgernis. Ähm... Ähm... Wo ist die... So, hier... So, hier... Hier einladen. Die Korallen. Hier ausladen. Korallen. Hier einladen. Das hier. Und noch das hier ausladen. Also, da ich das auch noch nie gemacht habe mit den Korallen, muss ich jetzt erstmal schauen, was das hier eigentlich ist. Oh ja, dann eben noch... Noch ein Auftrag, oh, entsorgt. Muss ich hier hin. So. Ah, jetzt habe ich vergessen. Muss... Müssen die... Muss die Genfarm... Naja, aber es sieht so aus, als würde die auch laufen. Ähm... So, lass mich mal überlegen. Also... Lass mich mal schnell schauen. Ähm... Brauchen die noch was? Ach, das... Das dahinter ist dann wahrscheinlich Lifestyle. Okay. Ja, aber auch wieder. Das war jetzt schon wieder eine sehr lange Aufnahmesession. Wobei ich auch da öfters mal nichts gesagt habe. Weil es einfach... Ich mich sehr konzentrieren muss. Und ja. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Oder zur nächsten Aufnahmesession. Würde ich verabschieden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020